Okay, das sieht jetzt schon mal sehr, sehr toll aus. Ach, das Junge können wir auch machen. Okay, wow. Ist ja mal gar nicht schwul. Ah, nee, hier, Froschgrün. Über dem T-Shirt. Als Hose empfehle ich dieses Hemd. Und um dein Gesicht zu verdecken, nochmal dieses andere Hemd. Und, äh, gibt's hier noch mehr? Ach, hier gibt's noch mehr. Das ist ja wunderbar. Damit es, äh, falls es kalt wird. Moment mal, ähm, nee, das müssen wir nochmal schöner machen. Fangen wir nochmal so an. Ich will ihm jetzt hier nicht sein Zeug wegnehmen, deshalb tun wir erstmal, ähm, dann so. Das ist eine wunderschöne. Beiß da mal kurz rein, halt die mal mit den Zähnen fest. So, dann das hier noch drüber. Boah, das sieht immer besser aus. So, jetzt dieses T-Shirt noch an den einen Fuß. Gucken wir mal, was haben wir denn hier noch? Oh, ein String-Tanga. Moment. So. Das ist Mode. Ähm, in die Hose ist er nicht ganz reingekommen, weil die Skinny-Jeans zu skinny war. Deshalb hängt die nur hier an dem einen Bein noch. Aber das macht ja gar nichts. Denn wer Blumen, wem Blumen aus den Ohren wachsen, der kann einfach nur hip und fresh sein. So, hier an dem String hat sich der Teddybär dran aufgehängt und, wer braucht schon Schuhe? Na gut, ähm, Schuhe geben wir in die Hand, die kannst du deiner Freundin mitbringen. So, jetzt machen wir mal hier weiter. Ähm, ja, also die sind jetzt sehr normal und das ist jetzt auch so super. So, schuhe, knif, knif, knif. Was gibt's denn hier? Hm. 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 Okay, dann gehen wir mit der einzigen hellhaarigen Frisur. Die schaut nämlich so ein bisschen bürotussig aus. Äh, Kleider. Das hier hat einen komischen Faltenwurf. Also nehmen wir das daneben. Oh, das ist endspacig, weil das so türkis und gelb ist. Das ist die perfekte Base. Das hier finde ich, muss ich zugeben, sogar ganz witzig. Aber, das hier ist noch viel witziger. Denn das kann man auch super als Rock benutzen und drüber steigen und fallen und dingsen. Ähm, dann noch so ein Heiligenschein. Noch einen zweiten Heiligenschein. Das wird endstylisch. Das wird so total die Trollatoller. Da vorne eine Schleife, denn ihr wisst, Schleifen sind wichtig. Äh, warum hat die eigentlich jetzt vier Arme? Nur mal so. Scheint normal zu sein. Äh, dann noch eine Kette. Noch eine andere Kette. Die hängen wir aber hier unten noch an das Kleid, weil das ist endstylisch und so. Äh, diesen Rock finde ich sogar ganz cool, muss ich sagen. Den hier auch. Den hier kann ich nicht leiden. Deshalb kriegst du den. Nein, komm, sie muss auch ein bisschen cool sein. Ähm, deshalb kriegt sie die Kackhose. Nein, 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 nein. Komm, wir geben ihr den coolen Rock. Den kriegt sie übers Gesicht. Äh, nein, den kriegt sie ja jetzt hier. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Wahrsagerin. Äh, die Sträflingstasche. Kann sie ja in eine ihrer Fäh- Trägt sie hier in ihr. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Ich muss gerade weinen. Okay, sie ist also ein buddhistischer Geist. Was passiert, wenn wir ihr noch in der Handtasche geben? Das ist das beste Spiel ever. Das ist gut. Okay, und noch eine gescheite Handtasche. Wunderbar. Und hier noch ein paar Schuhe. Nein, ähm, äh, welche passen denn zum Kleid? Die hier passen nicht dazu. Also kriegt sie die. Ist es nicht das perfekte, perfekte Pärchen? Ich möchte weinen. Ich tue es sogar gerade wie ich gedacht habe. Also, das war, äh, erst shoppen und sich dann anziehen. Famous couple in dating day. Oh, ich muss weinen. Bis zum nächsten Adventskalender-Türchen. Ich such mir jetzt noch mehr Mädchenspiele. Okay. Nadia.